Der ist bestimmt erschrocken, haha Er ist scared und... Nee, Sarkrit Das ist ein anderer Das ist ein anderer Sapling Oh mein Gott Was soll's geben? Alter Pei, ich brauch unbedingt Essen Mach dir was zu essen Wisch lustig Ist einfach mal ernst Alter, du kommst gar nicht nach, so schnell wachsen die Rubber Trees Ja Scheiße, ich bin da noch runter gesprungen, jetzt hab ich nur noch 3 Leben Alter, ich hab nochmal eine halbe Stacks Rubber, na scheiße Ach, da bist du Was hast du mir jetzt gegeben? Didum, didum, Eisenwerkzeug Ach, Eisenhacki oder was? Ja Warum geht das schneller? Na ja, muss, ist Eisen, kein Stein Dauert aber trotzdem Dauert aber trotzdem Alles klar, dass es länger dauert, aber es geht um ein bisschen schneller, wenigstens wie Stein Ach ja, das ist nebium Ach ja, das nebium Ah, jetzt bist du dahin ruhig Weil der Mod-Ersteller macht nämlich die Texture Packs Also macht nur, äh Ich glaub, oder, ja ich glaub der spezialisiert für, 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 Dingens Texture Packs Huh, oder für Tradition Okay Ich du bitte auf Essenssuche Ähh, ich versuch's ok oh gott n mussten was möglich mich gerade um die Erde ich habe nur noch ein Herz das ist ein blauer Baum, da geht es mir hin glücker sind toll die bringen Glück klicks zumbi hühnchen hühnchen bleibst du da auch gelassen, Skelett, leck mir doch am Arsch oh lol ähm, Julian, du bist gestorben nee doch, doch wollte ich nur so erwähnt haben, ne durch die scheiß Legs oh, ich habe ja mein Schwerdchen im Moment Skelett, stirb brav vor allem, ich habe ja schon Brustharnisch und Brusthose Brustharnisch und Brusthose? mhm ach so hühnchen 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 der Gäste aber einschmeißen die erster in der Karte an heute der Geld in der Chemnacht in der Kurve gut dass wir nicht im Testgang synthetisch wird abgekackt ich tue nun mal beide 64 6 ja das ist gut aber ich schenke mir so dass Thomas nicht online ist weil sonst hätte ich schon ja ich bin ja halt der ist krank das war und ich habe hatte das vollende das ist sie nennen zum bieten dass er untergesprungen mit töten das baum wird wird aus dem bisschen schneller es gibt es ein bisschen schneller wie stein Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter. Die Nacht ist hier schon ein bisschen schlimm, oder? Klar, leck, 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 leck mich. Zombie, kümmern die Schaufel. Fick dich. Hässlicher Zombie. Den mag ich nicht. Komm, bitte, 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 bitte. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. So, das tue ich jetzt einfach. Nein, 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 nein. Ready, du hast falsch sortiert. In der einen Kiste auf der anderen Seite habe ich das Zeug zum Craften drin, also mein Zeug. Achso. Das hätt's früher sein müssen. Egal. Ich hab zwei Arrows. Du hast zwei Arrows? Ja. Weißt du was? Ich pflanze... NAPFEL! Ich hab einen Apfel gefunden, Joli. Den kann man anbauen. Äh, geil, ich wollte... Ich hab grad mein Seed ins Craften... In der Crafting Bench reingemacht. Zombie, 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 Zombie. Ich dachte, das wäre eine Kuh. Ich kann meine Kuh und Zombie verwechseln. Kann der andere fragen, frag mich doch das nicht. Ich bin auch nicht Jesus. Stürb doch, stürb doch, stürb doch. Danke. Gott, server-leck, 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 server-leck. Oha, von beiden Seiten gleich mit Rommage. Hattest euch. Oh, extrema server-leck. Ja... Könntest du eventuell recht haben? War bestimmt nicht meine Eltern. Alter, ich sterb. Alter! Ich sterb gleich. Ey, viele Manns, das hier einfach nur gibt. Ich bin glät tot. Ich bin glät tot. Ein Schuss noch. Ein Schuss noch tot. Ja, was ich mache mit dem Wasser? Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh alle weg. Oh, da war noch eine Spinne. Also schon keine Chance gegen ein Skelett, wenn es im Wasser ist. Connection lost. Connection lost. Oh, das ist keine Chance für die Horde von Matsch mit der Renn. Wie schnell schießt das? Was? Das wäre dann selber weg gewesen. Ja, leck mich. Ja, alle die... Das hat zwei Schuss auf einmal abgegeben. What the fuck? Kann sein, dass es ja ein bisschen ausgelastet ist. Warum? Ja, eine Spinne, ich bin voll in... Äh, Geschwindigkeitsboost bei mir bekommen. Das Ding hat drei Gigabyte, das kann eigentlich keine weg... Bei der Wegs haben. Die Zombies, die spawnen immer neu. Oh Gott, nein, 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 nein. Ja, Säger! Ja, Säger! Ja, ich glaube, das Projekt hat nicht lange, du. What the shit, einfach. Oh, das ist gleich ziemlich stark. Ich glaube, wir müssen echt in der Nacht schlafen gehen, ey. Alter Verwalter. Wo bin ich überhaupt gestorben? Wo bin ich überhaupt lang gelaufen? Aber kann ich sowas wie Deathpoint oder sowas anschalten? Ja, Deathpoint enabled. Ist aber jetzt richtig mir auch nichts mehr. Ich glaube, ich war da drüben, oder? War ich da drüben? Nein, ich war da drüben. Alter, wie oft gerade der Server abkackt, Alter. Scheiß TS halt. Scheiß Anbieter. Warum wechselt ihr nicht? Ja, weil es halt... Weil es dann halt mal... Gleich... Zwei Wochen geht wieder, dann sagen sie, ja, wir...